Mit den Geschäftsbereichen Bau, Betongaragen, Quarzsand, Holz und Holzpellets ist die Firma Steigli eines der facettenreichsten Unternehmen im Landkreis Sigmaringen. Die Ausbildung von Fachkräften ist uns dabei sehr wichtig. Willst du am Ende eines Tages sehen, was du mit deinen eigenen Händen geschaffen hast? Als Maurer lernst du, wie aus einem Bauplan ein fertiges Bauwerk entsteht. Hier brauchen wir richtige Anpacker, die gerne in der frischen Luft und im Team arbeiten. Oder interessierst du dich für kaufmännische Sachbearbeitung? Von der Materialbeschaffung über die Buchhaltung bis hin zum Kontakt mit dem Kunde. Bei der Ausbildung für Industriekaufleute kommt es darauf dich als Organisationstalent, technisches Verständnis und der sichere Umgang mit Zahlen an. Das ist unser Beitrag für deine Zukunft.